League of Legends. Eigentlich ist es ein ganz nice game, aber wow, dieses game ist toxic. Warum ich das denk, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß. Das handelt Digga. Alter, wir haben endlich mal ein game schnell gefunden, Will. Ich mags durch Wände zu hooken. Ich werd so feeden, Jungs. Ja man, lass alle feeden. Ich hab noch nie diesen Back in nem echten Game gesehen. Den Challenger Back. Ja guck mal. Guck mal hier hin, Benne. Ich hab geguckt, ich guck. Voll cool. Wilde Sache, du. Versteig mich hinterm Turm. Oh, 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 oh ja, oh, oh ja, 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 du geile Sau, Mann. Junge, was ist das? Warum macht der so? Man, der läuft immer so betröppelt, Alter, der Blitzcrank skin, Mann. Also, das ist aber auch die beschissenste Lane, Alter. Asriel Eona für mich. Ja. Combat AIDS. Mag die auch nicht. Zumindest Leona nicht. Asriel Eona ist komplett Krebs. So viel Ariel gespielt. What? Ich hab, das macht gar kein, das macht nicht mal mehr Sinn. Die hat einfach nach Narnia das geworfen, mich getroffen. Du ich mich durch, by the way. Was passiert bei dir da oben eigentlich? Sieht ganz gut aus, wa? Oh, die Minions. Oh. Chillig, Alter, 13 HP, 10 HP, whatever. Was? So ein lappender Typ. So ein lappender Typ. Leona? Mach ich. Ich werde abkosten, wenn du nicht rausgehst. Oh. Was? Boah, Digga, warte zu hoch. Frech, Mann. Hast du die? Die muss zur Base gehen. Ich hasse dieses Spiel so sehr, ne? Kann es sein, dass gar beide von diesen scheiß Hooks gemisst haben, Mann. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ich werde so einfach zu flüchten, weil... Schaffst du's raus? Ja, ich denk. Weil Kindred ist doch. Ja, ich denk. Ich hab mich irgendwie aus der Wallerei gerucht. Bisschen weird, aber hat geklappt. Help. Please help me. Tower Damage. Zu viel. Ich hab Level Up. Ich hab keinen Marder. Ich hab sie. What? What the fuck? Das ist sad, Mann. Digga, diese P ist so blöd. Die bekommt 500 Arme oder so? Oh, die kommen, die kommen, die kommen. Oh, Mann, sie haben... Nalu, Draco. Oh. Ja, die töten wir. Der Ezreal hat so reingechokt, unfassbar. Der Exhaust war komplett O-Wax, äh, Dingsd, aber scheiß drauf. Der, dieser Schuss ist nicht komisch, aber der war das Leid. Wenn dieses Game so frech, Junge, wenn der Hook ein bisschen länger wär, man. Was will sie denn, sie will. Oh. Oh. Ja, Digga, alle keinen Mana. Wie weit kann ich laufen? Wie viel Damage ich von diesem scheiß Tower bekommen hab, man. Äh, Fontaine, whatever. Die sehen uns jetzt einfach schon verlieren, weil wir nicht finishen. Das ist immer nice. Accept. Ui. Boah, ich bin Mitte geworden, was ein sicker sicker. Brand. Brand. Loll, er teased dich. Wer? Hast du dich geguckt, Chat? Kann auch kein Online-Chat lesen. Er hat geschrieben, Renne, you lose top. Okay. Ich werd den so Daumen nach oben machen, wenn ich ihn getötet hab. Ich hab Schakko auch noch getötet, jetzt hab ich mich erstmal an beiden gerecht und schönen Daumen nach oben gedrückt, die dummen Bastarde. Oh. Oh. Wilde. Oh Gott, was macht mein... Ich würd den grade so gerne schweiden, Spoke to soon, oder irgendwie sowas. Höh. Höh. What the fuck? Hat er dich gefressen? Ja, glaub schon. Dad, by the way, geschrieben, wait, you lose bastard. Okay. Ganz schön trauriger, saurer Mann, würd ich sagen. Wir haben ja nicht so ein Toxic-Team. Mein Typ tut mich auch die ganze Zeit Daumen hoch zeigen. Ich hab keinen Mana. Das kann nicht sein. Gut. Schon wieder gekillt, den Hohensohn. Hat er wohl zu früh gesprochen. Ja. Deswegen nie Toxic sein in dem Games, kommt immer zurück. Ich hab's gar nicht, warum er seit Anfang an so Toxic war. Na, ich auch nicht. Wahrscheinlich war er noch vom Game davor getiltet. Er hat dich Loser genannt. Am liebsten würd ich entscheiden, dass du's gar nicht sehen kannst. Der hat mir so meinen Arsch gerettet. Der hat mir so meinen Arsch gerettet, Mann. Jetzt kann ich geil, geil Geld farmen gehen. Na, es ist Schako bei mir, Mann. Egal. Ich wurde gestunt von... Ja, scheiß Morgana. Er ist aber schuld, wenn die Morgana nicht haben. Was flamet sie denn dich, Junge? Der scheiß Botlaner von 96-0. Und sie traut sich, dich zu flamen, Alter. Was ist mit der denn los? Komm zu dir. Zumindest, ah, deiner ist schon oben. Die sind schon oben bei dir. Na, Mann. Geil. No way. Junge, hab ich die genommen, Alter. Hast du das gesehen, Mann? Ja. Hat er irgendwas lustiges geschrieben? Nee. Würde ich auch nichts mehr sagen, jetzt an der Stelle. All your family will die, hat er geschrieben. Die from cancer. Jetzt grad. Wie toxic ist League of Legends. Ja. Ja. Ja, der Javen ist sehr, sehr gefeatet, Alter. Aber dann baue ich einfach Armor und dann... Ja. Oh mein Gott. Das ist close, Mann. Sauber. Ah, ich bin so tot, Mann. Ich hab noch nie so'n guten Flash gemacht, bin ich ehrlich, Mann. Real Talk, keine Ahnung, wie ich das überlebt hab. Hallo? Good Job. Wir brauchen Drakes um zu gewinnen. Hehehe. 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 Ich miss alle Abilities. Ich miss alle Abilities. Hehehe. Ich hab keine Ahnung, Mann. Und der nicht. Chillig. Ja. Aber die Kaiser hat den Kill gekriegt, das ist gut. Wir haben den Fight übel hart gestompt. Ich geh mal da mit. Dahin. Palim, Palim. Oh shit, Alter. Ich geh da doch nicht hin. Warum enden die denn jetzt so? Ja. Das ist ein guter Fight für uns, aber rennen noch so lange weg wie es geht. Ja. Ich muss vom Shaco wegrennen, von dem komischen... Random Shaco. Der hinter mir ist. Hilfe. Hilfe. No way, Mann. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Oh. Kaiser. Wie ein Kill? Kaiser verkackst dich, Mann. Oh. Alter, Gott sei Dank, ey. Chillig. Junge, Alter. Ich beeil mich. Nein, ich wurde geultet. Scheiße. Nee, ich geh dazu auch raus. Ja, der Jack ist gefickt oben. Ich verstehe nicht, warum sie ihn da nicht ultet. Ulte. Sie hätte ihn einfach... Sie hätte einfach ulken können, dann hätte sie doch ein Chick gekriegt. Sauber. Ich hab so KS'ed, Alter. Ist doch gut. Wenn du Kills kriegst. Was dachten die sich denn, Alter? Okay, was ist der Plan? Alter. Ja, pfff. Jetzt können die halt Baron machen, so. Wir können das machen, zu zweit. Honestly. Ja, ich hätte Hourglass noch nutzen können. Ja, Mann. Unsere Bot Lane ist so fucking useless, ey. Und der andere Typ stimmt auf Bottom, ey. Was ist das für ein Team? Hm. Mates sind uncarryable, Mann. Das ist echt nicht mehr lustig. Extra Drake in 10 Sekunden. Ja, ich versuche hinzugehen. Ich überlege in der Zeit, was ich mir kaufe. Ja, der ist schneller tot, als ich da bin, I guess. Nicht, wenn sie ihn nicht machen. Ja, aber auch als würdest du sowas sehen. Junge, er hat keine Ward. Bitte place'n Ward und sag, dass sie noch nicht angefangen haben. Amen. Plays the Drake 2, du. Ja, wie das zielt er hin oder... Okay, gut. 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 Gut, wie ACT um Mix schreibt E3s Game. Ja, Leute. Ich hoffe, ich konnte ein paar nice Clips oder ein bisschen spannendes Video herzaubern. Von League Of Legends. Falls ihr Lust habt auf noch weitere LOL-Runden, vielleicht noch mit ein paar anderen Dudes. Dann lasst doch gern ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020